Ich liebe es, diese einfachen Sachen präzise perfekt zu machen. Ein guter, hoher Pass ist mir wichtig, ein gutes Laufen zum Ball ist mir wichtig, eine gute Bewegung in der Annahme ist mir wichtig, einen ganz präzisen, gut temperierten Aufschlag ist mir wichtig. Also die vermeintlich einfachen Sachen perfekt auszuführen. Vielen Dank.